Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden, wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Das uns nicht mehr so weitermachen lässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hilfe! Jonah! Reyes! Hilfe! Hilfe! Das kann jetzt das Ende sein. Runter! Ich muss runter! Oh man! Das wird jetzt wehtun! Nein! Nein! Mach mal! Ah! Wah! Ah! Nummer! Ah! Ah! Oh Gott. Nein. Nein, nein. Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Eine Fackel. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, er muss mich gehören. Oh, verdammt. Oh, das war laut. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das denn für ein Ding? Was ist das? 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 Das? Was ist 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 das?